vielen dank für ihr erscheinen wo kommen sie denn her wo kommen sie denn her wo kommen sie denn her guten tag draußen vom neckar da kam ich her ich muss ihnen sagen mit diesem heiß sexy gefährt den langen langen weg habe ich auf mich genommen um ihnen ihnen meine arbeitskraft zu geben aber ich kam nicht um ausgebeutet zu werden ich bin nicht knecht ruprecht ich kam fürs abenteuer und für den sinn